Mann, das Kriegsschiff brauche ich nicht mehr. So, und ich habe viel zu wenig Zeit. So, jetzt, Stadtmauer. So, jetzt muss ich mal eben wieder verlassen. Ah, und weiter geht's im Text. Ähm, können wir? Ja, können wir. Gut. Ein nächstes großes Heerlager, bitte dahin. Und dann. Muss ich jetzt hier nochmal gucken. Ja, okay, passt. Ja, ja, ich kümmere mich gleich drum, Mensch. So, hier haben wir zwei Klosterbrauereien. Eine dritte passt auch noch hin. So. So, so. So, 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 so. Weg und zack. Dann brauchen wir eine weitere Klosterbrauerei. Und dafür können eine Mühle und ein Backhaus bitte einpacken. So. Wie viele Backhäuser haben wir denn jetzt? Eins. Zwei. Drei. Sind das echt nicht mehr? Ne, und dann haben wir drei Mühlen, drei Klosterbrauereien. Das ist doch wunderbar. Okay. Dann stimmt hier jetzt soweit alles. Dann müssen wir jetzt... Ein Heerlager noch hierhin verlagern, von wegen Nebenauftrag und so. Und jetzt müssen wir noch Wachtürme errichten. Und dann müssen wir mal gucken. Haben wir noch irgendwo... Du erzeugst Werkzeug. Werkzeug. Du erzeugst auch Werkzeug. Und du erzeugst Eisen. Und du und ihr beide erzeugt Waffen. Fleißig, fleißig. So. Machst du Bücher, genau. Und du hast kein Indigo mehr. Da kommt schon noch irgendwann welches. Ähm. Dann brauchen wir die von Datois bestellten Wehrtürme. Du erzeugst jetzt mal hierhin. und du nimmst mal eben das hier an Bord und zischst dich dann hier in Richtung Süden. So, was haben wir denn noch? So, einmal probierend herstellen. So, probierend sperren. Probierend sperren. Probierend sperren. Okay. Kann ich hier schon eine neue Einheit errichten? Nein. In dem Fall warte ich auch noch. Gut. Fehlen eigentlich jetzt nur noch diese, äh, Türme. Genau. Wo bauen wir die denn am besten hin? Müssen wir mal überlegen. Machen wir mal einen hierhin. Einen hierhin. Und jetzt reicht uns der Stein nicht mehr. So. Wie sieht's denn hier aus? Probiant wird produziert und ist jetzt auch gleich fertig. Das ist doch schön. So, und jetzt haben wir die Nebenmission auch erledigt und weil wir es und einfach weil wir es können schieben wir gleich noch ein bisschen Probiant hinterher und jetzt muss ich mal ganz kurz eine Pause machen. so, wenn ich einfach mal überlege, jetzt imあと erstmal einh scanner June und jetzt wissen wir, bist du wer вообще Community oder Lightning Europa. Auch hier, wenn du$ H Tokyo und dann nicht bist du Paleo ぶよろしくmamatist Graphical or im Nachricht. Ich habe deinenَّin Freitag. Aber ich住 insights nicht! otzigibfahrzeug. Ich는 no Sultan oder man sehen? Und die Pause ist so kurz, dass sie auch schon wieder vorbei ist. Und jetzt gucken wir mal, was machst du. Achso, du fährst gerade nach oben und du fährst hier gerade nach unten. Ich glaube aber nicht, dass du hier hin willst. Nee, ich glaube ganz und gar nicht, dass du hier hin willst. Ich glaube, du willst eher so hier hin. So. Eine Minute noch auf der Uhr. Okay. Beschleunigen, Modus abstellen. Hier sollte jetzt eigentlich alles laufen. Und da bauen wir gleich nochmal eine Einheit von. Und hier können wir mal eben noch eine Nebenmission erledigen. So, und wir haben ein paar Kriegsmaschinen gewonnen. Und die schiffen wir mal eben wieder nach oben. Bevor der Kardinal hier losrennt. Bevor der Kardinal hier losrennt. Ah, ja. Wie man sieht. Ist der hier schon eifrig bei der Arbeit? Ist der hier schon eifrig bei der Arbeit? Meine Fresse hat der einen hier. Da kann ich nicht wirklich gegen anstecken. Aber muss ich ja auch gar nicht. Ich muss mich ja nur verteidigen, wir ja nicht angreifen. Achso. Achso. Achso, ich muss ja noch den dritten Wachtturm errichten. Da war ja was. So. Aber das sollte jetzt gleich gehen. Na, Flaggschiff, du bist angekommen. Das ist gut. Na, gucken wir mal. Kann ich hier? Ja, kann ich. Super. Herlager. Ich seh nix. Äh, hier hin bitte. So, jetzt kann ich den letzten Turm bauen. So, und jetzt muss ich nochmal eben verlangsamen, weil jetzt muss ich nochmal eben gucken, was ich jetzt eigentlich an Missionen schon erledigt habe. Vor allem an Nebenmissionen und was mir noch fehlt. Also, es sind ins Gesamt 18 Nebenmissionen. Einige, ich weiß. Aber wir haben wirklich einige schon gemacht. Also. Wir haben ein Herlager ausgehoben, Punkt 1. Wir haben das Herlager angewählt, Punkt 2. Wir haben das Herlager nach Süden verlegt, Punkt 3. Wir haben zwei weitere Herlager ausgehoben, ähm, 4. Wir haben die Stadtmauer ausgebaut, 5. Drei weitere Türme haben wir auch, 6. Wir haben die Bauern von der Insel evakuiert, 7. Wir haben die beiden kleinen Kriegsschiffe zerstört, 8. Wir haben die Sachen geliefert, also Seile und Werkzeug, 9. Wir haben Proviant, ähm, produziert, 10. Dann. Ah ja, okay. Und der Rest? Für den Rest? Müssen wir noch warten, der Rest kommt noch nicht. Dann muss ich jetzt weiter gucken, was wir am besten noch erledigen müssen. Okay. Jetzt haben wir erstmal unsere Ruhe. Du Tust da bitte die Kriegsmaschinen hier nach oben und verzisch dich dann bitte auch. So. Die Armee kommt. Dann können wir jetzt mit normaler Geschwindigkeit weitermachen und darauf warten, dass der Wert der Herr Lucius vorbeikommt. So, du fährst jetzt hier nach oben. Genau, so ist das richtig. Hier unten ist noch so eine klitzekleine Insel von Maridatoir. Betonung auf dem klitzekleinen. Gut, dass wir uns um die Versorgung nicht kümmern müssen. Sonst, also um die Hauptversorgung, sonst hätten wir hier echt ein Problem. So, die Mosthöfe. Könnte sein, dass die der Kardinal zerschießt. Ah. Soll ich Ersatz bauen schon mal? Könnte ich eigentlich machen. nur so vorsichtshalber. Ja, mach ich. So, verlangsamen. Ne, mach ich nicht. Soll er doch kommen, der Spaten. Wenn er schafft, mir die zu zerarschen, dann baue ich halt neue. Okay. Er kommt. Er kommt und er kommt und er kommt und er kommt. Was haben wir denn hier? Ein Trebuchet-Transportboot, ein kleines und ein großes. Ja gut, aber das ist, das sind noch keine wirklich ernst zu nehmenden Gegner. Und jetzt stelle ich gerade fest, wo die Mosthöfe wirklich nervig sind. Die bauen, die verbauen mir den Platz. Das kotzt mal richtig an. Ja egal. Also. Ihr kommt hier jetzt alle daher und werdet dann ordentlichst zerschossen. Und du, ich hab das so ein dummes Gefühl bei dir, du. Verzisch dich hier mal bitte. Wegen, äh, Trutzburg und so, die ist relativ schlagkräftig. So. Okay, wo kommst du denn hin, Trutzburg? Ähm. Okay, du erreichst diesen Turm hier. Das ist ärgerlich. Du erreichst dieses und dann haben wir dann noch diese zwei kleinen Heerlager. Okay. Ist ein Brand ausgebrochen? Achso, ja. So. Ah, scheiße. Ihr dürft jetzt wieder alle Proviante hier nehmen. Machen wir das erst mal. Mal. So. Jetzt sieht man hier mal wunderbar, wie Landkämpfe funktionieren. So. So. Du, ach, ihr seid hier die beiden Raubritterbogen. Okay. Und du stehst ein Stückchen zu weit weg. Du gehst mir bitte jetzt da mal hin. Und warum musst du mir jetzt die Lagerhäuser zerstören, du Penner? Sogar kein Recht dazu. Sogar kein Recht dazu. Sogar kein Recht dazu. Okay. Sogar kein Recht dazu. Bis zum nächsten Mal.